Wenn man an die bekanntesten und mächtigsten als Angels aus Deutschland denkt, springen einem Namen wie Frank Hanebut oder Walter Bukart alias Schnitzel Walter in den Sinn. Doch es gibt eine Person, die es an die Spitze der Organisation schaffte, Nekati Arabaci alias Neko. Es existieren auch ziemlich wenig Bilder von ihm, wo er sich in der Öffentlichkeit zeigt. Zudem ist auch nicht gerade viel über ihn öffentlich bekannt. Er startete seine Karriere im Rotlicht von Köln, wo er sich als Obsthändler getarnt an die Spitze arbeiten konnte. Arabaci wurde so mächtig, dass dieser als der neue Europa-Chef der Hells Angels gehandelt wurde, als sein Vorgänger Frank Hanebut inhaftiert wurde. Wir besprechen heute die Geschichte des Kölner Paten Nekati Arabaci. Um den Aufstieg ganz nachvollziehen zu können, drehen wir die Zeit etwas zurück, doch bevor wir dazu kommen, der beste Weg um meine Arbeit zu unterstützen, ist es das Video zu bewerten und zu kommentieren. Schreibt mir einfach eure Video-Wünsche in die Kommentare, damit starten wir in die Geschichte. Die Geschichte der Hells Angels beginnt im Jahre 1948 in Fontana in Kalifornien. Zu Anfangszeit war es ein Motorrad-Club wie jeder andere. Keiner konnte wissen, dass sich dieser Club zum mächtigsten Rocker-Club der Geschichte entwickeln würde, mit Chartern in über 32 Ländern. Es kam weltweit immer wieder zu Verurteilungen einzelner Mitglieder aufgrund von Gewalt- und Drogendelikten. Unter Ralph Sonny Barcher konnte der Club das erste Mal so richtig an Macht gewinnen. Er gründete die Hells Angels Oakland, ohne zu wissen, dass es schon einen Club mit demselben Namen gab. Ab dem 1. April 1957 schlossen sich die Oakland Hells Angels mit den Hells Angels aus Fontana zusammen und es wurden auch neue Clubs unter diesem Namen aufgebaut. Die Hells Angels wurden immer bekannter, auch unter der normalen Bevölkerung. Ein Vorfall war der beim Rolling Loud Konzert, als die Rocker als Sicherheitskräfte engagiert wurden. Das Konzert eskalierte und es kam auch zu Todesfällen. Der Club involvierte sich auch so langsam in die Unterwelt und beteiligte sich am Rauschgifthandel. Im Verlauf des 60er dehnte sich der Club dann quer durch die USA aus, danach über den amerikanischen Content, bis sie dann schlussendlich international expandierten. Das erste Charter in Europa wurde am 30. Juli 1969 in London in England eröffnet. Sie kamen dann schlussendlich auch nach Deutschland. Das erste richtige Charter formierte sich Anfang der 70er Jahre in Hamburg. Doch es würde noch seine Zeit dauern, bis der Club an Macht gewinnen würde. Das erste Deutschlandcharter der Hells Angels entstand aus dem Übertritt des Hamburger Clubs der Bloody Devils, der in der Hansestadt lokal aktiv war. Sie konnten sich dann in weitere Städte ausbreiten, unter anderem nach Stuttgart und Berlin. Ein Mann, der eine tragende Rolle in der Geschichte der Hells Angels spielen würde, war der Anführer der Bones, Frank Hanebut. Er war während seiner Zeit als Bones-Boss schon ein extrem einflussreicher Mann im Rotlicht des Steintorviertels. Hanebut soll um die Jahrtausendwende den Übertritt der Bones an die Hells Angels befürwortet haben. Das war natürlich ein massiver Gewinn für die Hells Angels, da der Bones MC zu den größten Clubs der damaligen Zeit gehörte. Hanebut musste dann Ende des Jahres 2003,5 Jahre ins Gefängnis. Nach seiner Strafe konzentrierte er sich wieder auf das Steintorviertel, wo er seinen Einfluss noch einmal vergrößerte. Die Hells Angels hatten zudem ein lokales Monopol im Bereich der Türsteherdienste. Hanebut wurde nach der Jahrtausendwende eine gesellschaftliche Größe in Hannover. Er war ein respektierter Mann zu dieser Zeit. Hanebut stieg über die Jahre zu einem der mächtigsten Bosse der Hells Angels auf. Nun beginnen wir uns nach Köln. Nikati Arabaci, alias Neko, ist der Sohn von türkischstämmigen Eltern. Er soll sich schon in den 90er Jahren in das Rotlichtviertel in Köln involviert haben und dort soll er ziemlich schnell an Macht gewonnen haben. Er war damals laut den Quellen schon ein Mitglied der Hells Angels. Neko soll damals schon beträchtliche Einnahmen aus seinem Geschäft bezogen haben. Als Obsthändler getarnt kontrollierte er im Jahre 1999 die mächtigste Gruppe der Zuhälter im Kölner Rotlicht. Er soll über Strohmänner sein Geld kassiert haben. Die Behörden hatten ihn jedoch so langsam auch auf dem Schirm und so kam es im Jahre 2002 dazu, dass er von einem Einsatzkommando der Polizei verhaftet wurde. Ihm wurden schwere Taten zur Last gelegt und das Gerichtsverfahren hatte im Jahre 2004 entschieden, dass er eine Haftstrafe von 9 Jahren verbüßen müsste. Neko trat seine Haftstrafe in der JVA Bochum an. Die Haft verlief nicht gerade ohne Aufmerksamkeit rund um den Kölner Paten. Es sollen unter anderem Gespräche belauscht worden sein, wo er darüber sprach, den verantwortlichen Staatsanwalt aus dem Weg zu räumen. Die Staatsanwaltschaft Köln beauftragte daher eine nachträgliche Sicherheitsverwahrung. Starke Polizeipräsenz, verriegelte Metalltüren, zusätzliche Kontrollen. So begann der Prozess gegen Neko am Landgericht. Es sollte darüber entschieden werden, ob die Sicherheitsverwahrung verhängt wird oder nicht. Der Prozess wurde unter großen Sicherheitskontrollen durchgeführt. Alle Zuschauer wurden unter anderem vor dem Einlass in den Saal durchsucht und Personen unter 16 Jahren wurden nicht reingelassen. Bei dem vorherigen Urteil war eine Absprache vorausgegangen. Die Prozessbeteiligten hatten sich darauf geeinigt, dass die Freiheitsstrafe von 9 Jahren nicht überstiegen werden könnte. Die Anschuldigungen basierten dieses Mal auf die Vote aus dem Besuchsraum in Wuppertal. Dort soll Neko die Aussagen geäußert haben. Das entsprechende Ermittlungsverfahren wurde allerdings im September des Jahres 2005 auf Grund Mangels an Tatnachweis eingestellt. Auch das Verfahren, das von der Vermutung ausging, wurde schlussendlich eingestellt. Die Verteidiger äußerten sich zu diesem Fall, indem sie sagten, dass ihrem Mandanten nichts strafrechtlich Relevantes nachzuweisen sei. Dieser Vorfall hatte jedoch eine enorme Auswirkung auf das Leben des verantwortlichen Staatsanwaltes. Dieser wurde im Jahre 2004 aufgrund von psychischen Problemen dienstuntauglich geschrieben. Er war während seiner Dienstzeit bekannt für seine Erfolge im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Doch nach diesem Fall änderte sich sein Leben für immer. Wie er selbst in einem Interview sprach, sei er ins Ausland zusammen mit seiner Frau abgetaucht. Aus Sicherheitsgründen wechselte dieser auch immer wieder seinen Aufenthaltsort. Der Staatsanwalt erhielt im Jahre 2003 Personenschutz und sein Haus wurde mit Panzerglas zu einer regelrechten Festung gebaut. Vom Jäger zum Gejagten. Seit Mitte der 90er Jahre kämpfte der Ankläger gegen die Gangs im Kölner Rotlichtmilieu. Im Jahre 1999 übernahm dann sein Gegenspieler die Pole Position in der Kölner Unterwelt. Der Staatsanwalt arbeitete sich an den Unterweltboss heran und in 2002 kam es dann zur Verhaftung. Neko wurde nach einem Drittel seiner Haftstrafe entlassen, unter der Bedingung, dass er nie wieder nach Deutschland zurückkehren dürfte. Er wurde letztendlich in die Türkei abgeschoben, Neko soll jedoch in der Türkei weiterhin als Boss der Unterwelt gehandelt haben und er soll der Präsident der heißt Angels Turkey gewesen sein. Ende 2013 wurde berichtet, dass sich eine etwa zehnköpfige Einheit dieser Gruppierung unter seiner Leitung in Ostwestfalen gebildet habe. Ermittler gehen nach Presseangaben davon aus, dass Neko von der Türkei aus über mehr Macht als je zuvor verfügte. Frank Hanebut galt immer als Europaschef der Hells Angels, doch es kam immer wieder zu neuen Problemen rund um ihn. Am 24. Mai 2012 durchsuchten Ermittler der GSG 9 im Rahmen einer Razzia sein Anwesen. Es ging damals um den Verdacht eines Auftragsmordes. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren jedoch ein Jahr später wieder ein, aufgrund Mangels an hinreichenden Tatverdachtes. Im Juni 2012 wurde auch ein Verbotsverfahren gegen die Hells Angels überprüft. Eine Woche später löste sich das Hells Angels Charter Hannover wieder auf. Hanebut hatte sich nach dem ganzen Tumult dazu entschieden, seinen Wohnsitz nach Mallorca zu verlegen. Doch dort klickten auch die Handschellen am 23. Juli 2013. Ihm wurde damals vorgeworfen, dass er der Kopf des Hells Angels Charters Spain ist. Mehrere Anklagepunkte wurden ihm vorgeworfen und der Prozess rund um ihn startete dieses Jahr und läuft bis jetzt noch. Im November 2013 wurde berichtet, dass Neko nach der Inhaftierung von Hanebut als der neue Europaschef der Hells Angels gehandelt wurde. Nach der Verhaftung von Hanebut soll wohl generell ein interner Konflikt bei den Hells Angels aufgetreten sein. Die Bedingungen der Haftentlassungen für Neko war, dass er nie wieder nach Deutschland zurückkommen dürfte. Im Dezember des Jahres 2013 erschien jedoch eine Pressemeldung, wonach Neko mittels gefälschter Dokumente öfter nach Deutschland einreißte. Die Medien berichteten auch davon, dass Arabatschis Einfluss immer größer wurde. Sein Netzwerk soll sich durch ganz Europa gezogen haben. Seit 2015 besteht ein EU-weiter Haftbefehl gegen den Paten von Köln. Es kam dann im Jahre 2018 schlussendlich zu einer Verhaftung in der Türkei, doch er wurde im September des gleichen Jahres schon wieder aufgrund Mangels an Beweisen entlassen. Zwei Jahre später kam es dann wieder zu einer Verhaftung, aber er blieb wieder nicht lange hinter Gitter, denn er wurde auch wieder im selben Jahr entlassen. Das war die Geschichte des Patens von Köln, zumindest das was öffentlich bekannt ist. Schreibt mir gerne eure Videowünsche in die Kommentare, damit bedanke ich mich fürs Einschalten. Gitter 6 Wergen Wergen Chief Person Fein Bis zum nächsten Mal.